Macht euch irgendeinen Scheiß! Und wenn ihr kein Geld habt, dann freut euch doch trotzdem für die Aktionäre. Neuer DAX-Rekord diese Woche. Klar, den Damen und Herren Börsianern ging da am Mittwoch in Frankfurt schön der Stift bei dieser Demo. Die Händler sind ja hier auch aufgefordert worden, halt eben im Vorfeld dann eher heute in Casual zu kommen, private Sachen anzuziehen, keine Anzüge, keine Krawatten, sich nicht auffällig zu machen, sich nicht als Banker, Financier oder sonst wo mehr oder minder zu outen. Ja, sagt Mick Knauf, die geilste Stimme im deutschen Fernsehen, ja. Sagt Mick Knauf, das Börsenorakel von N24, nicht auffällig kleiden. Deswegen hatte er sich sicherheitshalber als Zuhälter verkleidet. Wir hingegen, meine Damen und Herren, haben unseren bestangezogenen Reporter mitten ins Frankfurter Getümmel geschickt, Ralf Cabell.